Wofür warnt Allah die Christen im Koran? وَلَا تَكُولُ ثَلَاثًا وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا تَخَذَ اللَّهُ وَلَدَ Und nun die ihn zu warnen, die sagen Allah schon so genommen, warum sollen die die warnen? Es ist doch alles gut, es ist doch am richtigen Weg hier. وَقَالُوا تَخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيًّا إِدَّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ وَتَنْشَقُوا الْأَرْضُ وَتَخِيرُوا الْجِبَالُ هَدَّا عَنْ دَعْرِ الرَّحْمَانِ وَلَدًا Das ist an hier, guck mal hier. Leute, das ist so wichtig hier, das ist so wichtig hier, subhanallah. Subhanallah. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Warum sagt Allah das im Koran? Das heißt, guckt euch mal an, wie diese Leute sind, wie sie ihren Gelüsten folgen. Und sie sagen, der Allah hat sich einen Sohn genommen oder Kinder genommen. Was sagt Allah dann? Ihr seid mit einer abscheulichen Sache gekommen. Dann sagt er weiter. تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ وَتَنْشَقُوا الْأَرْضُ وَتَخِيرُوا الْجِبَالُ هَدَّ Das heißt, beinahe brechen davon die Himmel auseinander und beinahe spalten sich die Erde und beinahe stürzen die Berge und trümmern zusammen. Warum? Warum? Dass sie dem Allerbarmer einen Sohn, Kinder zuschreiben.